Lektion 337, Ein Kurs in Wundern, Kreuthow Verlag Meine Sündenlosigkeit schützt mich vor jedem Schaden. Meine Sündenlosigkeit stellt vollkommenen Frieden sicher. Ewige Sicherheit, immerwährende Liebe und auf ewig Freiheit von jedem Gedanken des Verlustes sowie vollständige Befreiung von Leiden. Und nur Glück kann mein Zustand sein, denn nur Glück ist mir gegeben. Was muss ich tun, um zu erkennen, dass das alles mein ist? Ich muss die Söhne für mich akzeptieren und sonst nichts. Gott hat bereits alles getan, was getan zu werden braucht. Und ich muss lernen, dass ich von mir aus nichts zu tun brauche, denn ich brauche nur mein Selbst zu akzeptieren, meine für mich erschaffene Sündenlosigkeit, die jetzt schon mein ist, um Gottes Liebe zu spüren, die mich vor Schaden bewahrt, um zu verstehen, dass mein Vater seinen Sohn liebt, um zu erkennen, dass ich der Sohn bin, den mein Vater liebt. Du, der du mich in Sündenlosigkeit erschaffen hast, du irrst dich nicht hinsichtlich dessen, was ich bin. Ich habe mich geirrt, als ich dachte, ich hätte gesündigt, aber ich nehme die Söhne für mich an. Vater, mein Traum ist jetzt beendet. Meine Sündenlosigkeit schützt mich vor jedem Schaden. Vielen Dank. Vielen Dank.